Wer darf bei der royalen Hochzeit des Jahres dabei sein? 600 Einladungen für die kirchliche Trauung in Windsor haben Prinz Harry und Meghan Markle verschickt. Neben Würdenträgern und der Königsfamilie wird auch mit Hollywood-Prominenz gerechnet. Schließlich hat die Braut jahrelang als Schauspielerin vor Kameras gestanden und ist fleißig auf den roten Teppichen unterwegs gewesen. Aber welche Gesichter werden wir wohl sehen? Ganz oben auf der Gästeliste dürften die Stars aus Meghan-Serie Suits stehen. Ihr Ehemann aus der Serie Patrick J. Adams kommt sicherlich und bringt vielleicht auch seine Schauspieler-Ehefrau Trojan Belisaro mit. Ebenfalls sichere Gäste Hauptdarsteller Gabriel Macht mit seiner Ehefrau Chikinda Barrett und Donner-Darstellerin Sarah Rafferty. Zur Suits-Crew gehören auch noch Gina Torres und Rick Hoffman. Mit Priyanka Chopra zählt ein weiteres Serienstar seit Jahren zu Meghans besten Freundinnen. Gegenüber dem Magazin Us Weekly bestätigt die ehemalige Miss World, dass sie bei der Hochzeit dabei sein wird. Auch sicher gesetzt sein soll Tennis-Us Serena Williams. Meghan und die Grand-Slam-Siegerin haben sich 2014 bei einem Charity-Football-Event kennengelernt und sofort blendend verstanden. Seitdem sind die beiden beste Freundinnen. Und auch die Mode kann verbinden. Meghan Markle und die Stylistin Jessica Mulroney kennen sich seit 2014. Die Kanadierin soll bei den Suits-Dreharbeiten Meghans persönliche Stylistin gewesen sein. Seitdem unternehmen sie regelmäßig gemeinsame Shopping-Touren. Mit Designerin Mischa Nooney zeigt sich Meghan Markle gerne ganz verkuschelt auf den roten Teppichen. Ebenso wie mit Marcus Anderson, einem hochrangigen Mitglied der Geschäftsführung der exklusiven Soho-Haus-Kette. In den vergangenen Wochen sind unzählige Namen von mehr oder weniger prominenten Freunden und Bekannten der schönen Braut genannt worden. Wer neben ihnen tatsächlich in der St. George Capital von Windsor Castle darf, wird voraussichtlich erst am 19. Mai enthüllt.